Leute, herzlich willkommen zurück hier in Pokémon Super Mystery Dungeon, im wahrscheinlich letzten Part des Projektes, am nächsten Morgen. Im letzten Part haben wir hier gemeinsam mit Mew Worscher Aufträge erfüllt und es war nice und niedlich und Mew ist so stolz und hat ähnliche Charakterzüge wie Renka und es ist einfach schön. Und wir werden aber trotzdem anscheinend beobachtet, laut unseren Protagonisten und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das jetzt so zu Ende geht von der Story. Guten Morgen, Simi. Lass uns auch heute wieder 100% geben. Ach ja, weil bisher gefällt es mir eigentlich ziemlich gut, nur können wir uns mit dem Ende vielleicht das vermasseln. Schauen wir mal, schauen wir mal. Lass uns auch heute wieder alles geben, Freunde. Jawohl. So, sagen wir noch irgendwas? Ne. Vielleicht wenn ich rausgehe, vielleicht noch einen Auftrag erledigen, ne? Viel Spaß. Die sagen immer doch das Gleiche. Haben wir jetzt genug Punkte? Ich glaube nicht. Tom, Tom, Tom. 500 Punkte. Das wäre doch sehr nice, ja. Okay. Die alten Ruinen. Naja, wenn du dort versteinert wirst, ne? Gut, dann lassen wir das einfach. Das Vieh hier. Gut. Dann würde ich sagen, Vorbereitungen vorbereiten, um Vorbereitungen vorbezubereiten. Keine Ahnung. Und dann heißt es wieder Aufträge erfüllen, ne? Wie geht's dir denn eigentlich? Hey, hör mal. Wir haben einen Job gefunden. Wir liefern jetzt Milch aus. Das macht was her, oder? Ach, finde ich auch sehr nice. Ja, Mil-Tank. Was sagst denn du? Passt auch ziemlich, weil Mil-Tank... Also, das sind so kleine Geschichten, die man einfach übersieht, wenn man durchwascht oder einfach nicht mit dem redet. Aber das finde ich sehr, sehr nice. Ja, wird nicht gefaulenzt, sondern kräftig angepackt. Los, wird's bald. Die Arbeit erledigt sich nicht doch nur alleine. Okay, hätte ich mir was anderes erwartet. Wie? Oh, jetzt hat mir endlich mal jemand geholfen, weil Mil-Tank war ja immer sehr, sehr gestresst, weil Arbeit und so. Ja, der Boss und ich werden uns hier große Mühe geben. Warum werdet ihr dann ausgeschimpft? Verstehe ich jetzt nicht. Schon seit dem frühen Morgen herum. Du joggst hier die ganze Zeit eigentlich schon herum, ne? Ah, ich könnte mal wieder den Kaffee einen Besuch abstatten. Heißt das? Da passiert jetzt sowas mit Badetest drin. Auf jeden Fall einen Lohn abholen. Und ich sehe da auf jeden Fall was. Äh, dann fangen wir mal einen Jupp. Lagert Ruhe. Was wird hier eigentlich gespielt mit euch beiden? Heute muss ich zum Glück nicht arbeiten. Ich hab nämlich frei. Das ist ja schön. Was gibt's Schöneres, als sich an einem freien Tag im Café von Stress zu erholen? Äh, Ferien zu haben. Was ja jetzt der Fall ist. Wobei, man muss schon sagen, man wird doch ein bisschen träge in den Ferien, zumindest ich. Ich glaube an das Team. Und gäbe es stets mein Bestes. Heißt das, du willst mitkommen? Bei unseren wahrscheinlich letzten Auftrag. Sie wirkt irgendwie viel jünger als Renker. Was? Hä? Na nun, wer ist denn deine Begleitung? Fliegel. Ja, es ist die Wiedergeburt von Renker. Warum? Was tust du hier? Ach egal. So, Items ablegen. Ich habe eh das Gefühl, dass wir nicht wirklich... Haben wir noch? Ja komm. Äh, sehr viel Items gebraucht haben in letzter Zeit. Ja, dann legen wir einfach ab und gehen weiter voran. Dann schauen wir mal. Haben wir neue Leute kennengelernt oder neue Anliegen? Oh, es ist irgendwas. Anliegenliste. So, Delle. Wo gehen wir denn hin? Irgendwie... habe ich Bock auf Elfenwald. Das klingt interessant. Und da hätten wir zumindest zwei Aufträge. Kap der Freude habe ich schon viele gelesen. Ich möchte aber was Neues ausprobieren. Winzige Wiese. Rieselwüste. Aber zu weit möchte ich jetzt auch nicht gehen. Ach komm. Ach komm schon. Wir gehen einfach in den Elfenwald rein. Klingt doch magisch, oder? So. Auf geht's. Mewewewew. Mewew. So. Da erst mal Leitung wieder eingeschnappst. Eingeschnappst sogar. Yes. So, Nebelgantinnen. Der ist doch da längst so, oder? Ja. Los geht's, Lebris. Mit Spieet. Sollte das eigentlich nicht extrem lange dauern. Naja. Oh, die Musik wird so entspannend. Ne? Du Flach. Ich bin Lavita. Was, 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 was? Lavita Auftrag. Ja, Mew. Schön und gut, aber... Wir sollen gemeinsam Lavita besuchen. Elfenwald? Ja. Es ist Berufung. Perfekt. Perfekt, perfekt. Ich bin zufrieden. Hallo. Mal schauen. Welchen Schabernack kann ich heute wieder treiben? Okay, das Bibi ist jetzt zwar noch rechts oben leicht zu hören und jetzt auf einmal brüllt mir das regelrecht ins Ohr. Habe ich gespeichert? Ich glaube schon. Hallo? What the fuck? Hat keinen Bock mehr gehabt. Alles, was ich gehört habe. Baby schreit. Vielleicht hat das Baby... Boah, das ist mein Fuckig. Weil ihr wisst es oder ihr wisst es vielleicht nicht. Aber Babys haben ja zum Beispiel von Anfang an die Möglichkeit, jede Sprache zu erkennen oder jeden Ton, ja nicht jeden Ton, was halt das Ohr so mitkriegt, ja zu hören beziehungsweise da zu differenzieren und alles drum und dran. Deswegen hat jedes Baby die Möglichkeit. Okay, jetzt müssen wir das glaube ich noch nachspielen, ne? Das werde ich jetzt nicht draufschneiden, weil ich bin faul. Und wie schon gesagt, ich möchte meinem... Ja, ich möchte meinem PC nicht so viel antun. Und das würde ich jetzt meinem PC antun. Okay, gut. Gut, dass ich gespeichert habe und ja. Ja, jetzt müssen wir leider das noch machen. Naja, aber Babys haben ja die Möglichkeit, jede Sprache zu erlernen. Da ist es egal, von wem du abstammst. Aber man gewöhnt sich dann als Baby einfach an, nur die Laute zu hören, die in der Muttersprache gesprochen wird oder in der Umgebung. Ist ja logisch. Und das andere verlernt es dann einfach. Das kann man ja dann als Erwachsener kaum mehr rausholen oder nachmachen. Und das ist ja das Spannende an der ganzen Sache eigentlich. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass man eigentlich... Moment, Profil unbekannt, Szenen unbekannt. Hat da jetzt eh nichts gemacht. Ach, egal. Wäre es gar nicht so schlecht, dass man... Hühnerfrei für mich, Wickedie, nein, das V-Elector habe ich nicht dabei. Wäre es halt doch ein gewisser Vorteil und... Die Kinder tun sich auch einfacher. Man mag es vielleicht nicht glauben, im ersten Augenblick. Aber die Kinder tun sich eigentlich am einfachsten, wenn man die Kinder... Ja, schon recht früh mit einer anderen Sprache konfrontiert. Wenn man eine Familie hat, wo zwei Sprachen gesprochen wird... Wäre es eigentlich die Gelegenheit, wenn dieses Baby geboren wird? Come on, come on, come on. Yes. Ja, natürlich. Dass man versucht, dem Kind beide Sprachen beizubringen. Man kann das ja mit so einem System rangehen. Das Vater spricht nur die eine Sprache mit dem Kind, Mutter nur die andere Sprache. Es ist halt von Vorteil, weil das Kind am Anfang... Je jünger das Kind ist, so gesehen, umso... Ja, wahrscheinlicher ist es... Moment, wo ist denn der Auftrag jetzt? Ja, umso leichter fällt es dem Menschen an sich, die Sprache zu erlernen. Ich glaube, das war ja das Einzige hier. Oder war noch was zweites? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, und wer weiß, vielleicht zehn Babys ja heutzutage nur etwas, was wir nicht wahrnehmen können. Was, das geht auch? Okay. Nein, das ist klappte Freude, okay. Hab mich schon gewundert. Ist sonst noch irgendwas hier? Nope. Gut. Dann gehen wir. Zwei Aufträge. Und Berufung. Es ist Bestimmung, dass wir genau diesen Auftrag jetzt erfüllen. Drei gibt es sogar. Okay. Gut, gut, gut. Weil Lavita ist ja so gesehen ja auch irgendwie mein zweitlieblingspokos. Würde ich jetzt mal spontan sagen. War zumindest doch eine Zeit lang mein Lieblingspokos, bis dann Emolga kam. Apropos Emolga kommen. Wenn das schon heute der letzte Part wird, dann so richtig. Es hat sich doch perfekt ergeben hier, dass wir jetzt Lavita finden. Ah. Wollte ich sowieso anwerben, als ich es zum ersten Mal in der idyllischen Hölle gesehen habe. Und ein interessanter Dungeon. Interessanter Dungeon. Ich habe halt das Gefühl, dass das jetzt die letzte Mission wird eventuell. Wer weiß, wer weiß. Das klingt schon so, dass sich jetzt das langsam dem Ende entgegen neigt. Oder irgend so. Aber gut, der ist kein Flabbebiss, sondern ne Flojette. Ne Flojette. Schaffst du das hinten hier? Du bist doch stark, oder? Komm. Ja, wir sind ein sehr, sehr gutes Team, würde ich sagen, hier. Also, eine Gruppe kümmert sich hier um unseren Partner. Na, ich wollte es gerade loben, unsere Teamarbeit. Was tust du denn da? Ich reg die in Panik. Was soll denn das? Steht doch. Und das bedeutet... Kommst du wieder? Gut. Ich wollte das Teamarbeit jetzt hier loben, dass wir hier unseren Begleiter beschützen von vorne und hinten. Dann passiert sowas. Ein Schnubbel. Ja, jetzt ist es ganz hinten. Jetzt können wir es nicht beschützen, ne? Hm. Gut, gut. Wie es ausschaut, haben wir jetzt noch nicht so viel Glück, aber das wird schon kommen. Was waren das jetzt für ein Ausrufezeichen? So, Schnubbel. Sei doch nicht so näher auf der Kugel. Und schlägt mich doch nicht ab. So. Naja. Ihr habt das Gefühl, dass der 3DS vorher ausging. Weil das so eine Art Wackelkontakt hat, eventuell. Wenn man das so nennen kann. Ich habe schon das Gefühl, dass das mir schon öfters passiert ist, als ich den 3DS ein bisschen gewackelt habe, dass da was locker geworden ist. Und da der Powerknopf aktiviert wird oder irgendwie sowas. Das ist halt sehr, sehr komisch. Oder ist es halt schon ein alter Knacker hier, mein 3DS? Der stammt, glaube ich, von Ende 2012 oder? Oder 2013 irgendwann. Die erste Jahreshälfte. Irgendwie darum. Oder? Ich weiß es doch nicht. Weil ich hatte damals kein 3DS und... Ja, mein 3DS oder... Beziehungsweise, ich habe ja Nintendo ja wieder so jetzt, ich glaube, im Herbst 2012 wiederentdeckt. Und da habe ich mir im... Im Winter habe ich mir die Wii U geholt. Da kam gerade die Wii U frisch raus, weil ich keine Wii mehr hatte. Und... Ich habe mir da, glaube ich, auch den 3DS geholt. Dementsprechend... Müsste mein blauer 3DS noch ein bisschen jünger sein. Den ich mir ein, zwei Jahre später geholt habe. Müsste eigentlich schon so sein. Panzerschutz. Du bist auch so ein Panzerschutz. Äh, ihr Möldchen. Das schaffst du schon. Ich glaube, dir habe ich mal Akrobatik beibringen lassen. Yes. Komm. Nein, ist so. Das möchte ich jetzt nicht sehen. Ah, der Damage hier... Wie der gerechnet wird, verstehe ich auch nicht so ganz. Das wirkt oft irgendwie ein bisschen random. Hallo. Man, Lavida ist unnädlich. Zwar ein bisschen fett ist es. Aber... Was? Äh... Was stand da jetzt? Textprotokoll kann ich... Wo nachlesen? Hier. Du hast Lavida gefunden. Bring Cogniton direkt nicht. Ah, come on. Und deswegen teleportiert sich das Viech irgendwo anders hin. Was darf dir jetzt? Ich vergesse es doch nicht ein. Hast du keine Hobbys oder was? Okay, ist es auf. Ja, wo ist es jetzt? Oder ist es einfach eine andere Ebene oder was? Was soll denn das? Das muss ich jetzt nochmal... Was stand dann? Wurde an einen anderen Ort auf dieser Ebene teleportiert. Und es wird gar nicht angezeigt, oder was? Ja, das ist der ganze Ort. Oh, come on. Ist das nervig. Warum denn? Wir hatten das wieder so beschissen programmiert. Was... Was... Was haben die sich da wieder gedacht? Jetzt taucht schon wieder so ein fettes Viech auf. Zerstörtes, please. Dankeschön. Da ist es. Da hast du es. Ja, ja, ja. Da, 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 da. Ich verstehe es halt nicht. Okay, ich habe es halt vergessen. Aber gleich das Viech irgendwo hin teleportieren. Wow, Lavita, endlich treffen wir uns. Sag mal, Lavita, wie schmeckt es eigentlich, Erde? Ganz köstlich, sage ich dir. Möchtest du mal kosten? Lavita ist so lieblich. Oh, da auch, da, die Augen sind auch so niedlich, ne? Mit dem schwarzen Ding da. Das, das... Macht es erst so niedlich irgendwie. Ach ja. Sonnenkehrt! Und? Nee. Ja, 80 Punkte, ja. Natürlich möchten wir noch weitermachen. Verschwindet von hier. Nein! Oh, nee! Ich merke, ich werde schon unaufmerksam. Ja, gut. Oh Gott! Ich bin schon so vom Spiel gewohnt. Wahrscheinlich auch wegen dem Apfel vorher, ne? Man muss einen Apfel geben. Dann heißt es, willst du einen Apfel geben, bist du dir sicher? Steht auf Nein, man muss auf A nach oben drücken. Und da habe ich jetzt wahrscheinlich den gleichen Gedankengang jetzt unterbewusst gehabt. Und deswegen habe ich jetzt auch nach oben gedrückt. So nach dem Sinn, ich möchte hier noch weitermachen. Oder ich möchte hier weiter vorankommen. Ah, jetzt habe ich zwei Aufträge nicht. Ist jetzt kein Weltuntergang, aber ich hätte das gerne jetzt im Part noch gemacht, ne? Naja. Auch heute war die Arbeit wieder ein voller Erfolg. Ja, ein voller Erfolg, genau. Nio hat sich inzwischen echt prima hier eingelebt. Also, mir macht die Forschungsarbeit echt total viel Spaß. Wir besuchen viele verschiedene Orte. Wir treffen viele verschiedene Pokémon. Und du, Sebi, bevor ich gekommen bin, da hast du doch immer mit einem Pokémon namens Renker zusammengearbeitet. Bestimmt macht Renker die Arbeit mit dir auch total gerne. Aber jetzt ist sie fort, nicht wahr? Meinst du, Renker fühlt sich einsam? Das wissen wir eben nicht, was jetzt mit Renker ist. Hoffentlich kommt Renker bald wieder. Ich bin schon ziemlich müde. Ich gehe ins Bett. Gute Nacht, Sebi. Es wirkt schon so, dass Sebi wiedergeboren wurde als Renker. Hm. Wie sich das noch entwickeln wird. Mew kann sich ja anscheinend ja in andere Pokémon verwandeln, ne? Könnte es zumindest mit der Attacke Wandler und so. Also. Entwicklte sich zu Pikachu nur meinetwegen, aber das glaube ich nicht. Mew. Schauen wir mal, schauen wir mal. Danke. Es ist aber niedlich, die Beziehung. Ich mag sie. Jetzt muss ich wieder an den misslungenen Auftrag denken. Guten Morgen, Sebi. Lass uns auch heute wieder Autoprojekt geben. Da hast du recht. Ich muss mich konzentrieren aufs Spiel. Ja, wohl. Dann hole ich das jetzt nach. Wenn ich das kann. So. Was tun denn die hier? Ich bin überglücklich. Es ist so klasse, dass wir zusammen sein können. Mein Vater hat gesagt, dass wir so schnell nicht mehr Video wegziehen werden. Das heißt mit anderen Worten, dass wir jeden Tag zusammen spielen können. Ja. Also niedlich hier. So niedlich. Ja. Gar nichts mehr drin. Immer solche Mühe. Ich werde zum Beispiel Blumenpflänchen. Blumenpflänchen. So bist du mir über mich. Man hat immer diese Stereotypen. Stereotypen, ne? Immer diese Fett muss ich mir ins Essen denken. Halt die Ohren steif. Viel Spaß. Okay. So. Ein und kein. Ich bleib jetzt bei der anderen Aufgabe. So. Die lasse ich jetzt auch einfach in Ruhe. So. Wir werden zurück zum Nebelkontinent. Und wir machen da weiter, wo wir stehen geblieben sind. Ist zwar eine Verschwendung, aber im Aftergame kann man schon sagen, hat man sowieso dann alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. So. Nebelkontinent. So. Ohne jetzt irgendwas. Was ist da? Erstmal. Ich wollte schon sagen. Ohne, ja. Irgendwie um so Items zu kümmern. Schnell da rein. Jetzt muss ich nochmal zwei Ebenen durchschreiten, aber ist ja auch wurscht. Äh. Ja, komm. Ich glaube, ein Auftrag war ja irgendwas mit Rizeros. Und wenn ich mich nicht irre, müssen wir dagegen Rizeros antreten. Wird zwar schwierig, was tun denn die zwei? Lass das doch. Was? Das ist ja auch wurscht. Das könnte vielleicht gegen Rizeros helfen. Hat das nicht irgendwie Attacken, das mehrmals trifft? Naja, ist ja auch wurscht. Jetzt lass unser kleines Mewlein in Ruhe. Ohne. So. Jetzt so schnell wie möglich das hier. Okay, dann gehen wir an so. Ja, kümmer dich mal dran. Ich greife dich so an. Das ist Teamarbeit vom Feinsten. Und dafür müsste ich da um dieses Quappel. So, reduziere Orb. Und das hier war Flea Orb. Nein. Das brauche ich nicht. So. Jetzt sind wir mal Speed One. War, Pokémon Mystery Dungeon. Als Speed One. Gibt es sowas? Das würde ich sagen, könnte spannend werden als Speed One. Sehr Orb. Ja, komm. Alter, was ist hier los? Naja. Könnte auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Sagen wir ein Speed One mit der Kategorie. Oh, nicht mit der Kategorie. Glitchless oder sowas. Weil vielleicht sucht man dann nach lauter Glitches und dann kann man sich irgendwie zum Ende teleportieren. Aber das finde ich irgendwie bei Speed One ja, schön und gut, dass man sowas herausfinden kann. Aber es ist halt nicht spannend für mich. Dass man dann sieht, wie man irgendwie so ein Spiel glitscht und dann kommt man zum Ende und du hast innerhalb von ein paar Minuten das geschafft. Das ist... Naja. Ja, meh. Ich mag ja Speed One so 100% Speed One die richtig lang gehen oder einfach das Spiel durchspielen die Story und alles drohend dran. Je nachdem. Es kommt halt drauf an, welche Spiele. Aber sowas sehe ich sehr, sehr gerne. Und ja, auch Spiele natürlich die ich kenne. Weil bei anderen Spielen, die ich nicht kenne da denke ich mir einfach so ja, whatever. Ist mir egal. Oh my goodness, so sehen wir uns wieder, Planers. Ja, verfolgt uns. Heißt das, das ist jetzt wirklich der allerletzte Dungeon? Ach, come on. Was soll das nun wieder für eine Kacke? Äh. Schaffen die beiden das? Ich komme zu euch, Metronom. Nee, geh weg. Äh. Ich glaube, ich kann die beiden noch. Ja, so. Das Tockebi ist irgendwo hingerannt. Wie verrückt. Naja. Mir gefällt aber hier jetzt der Dungeon, der Look mit dem Regen. Das heißt, es jetzt irgendwie so ein Blauton bekommen hat. Und vorher war es ja in so einem Violett. Das passt sehr, sehr gut. Ach ja, wunderschöner Dungeon jetzt. So. Ist zwar nicht so wunderschön für mich. Mit meinen Feuerattacken. Aber ist auch wurscht, ne? So. Die Vorladung zieht auch ziemlich viel ab. Wo ist denn da-da-da-da-da-da? Warum soll-da-da-da-da? Ich hasse das. Warum dust du das mir-da-da-da-da an? Warum dust du mir-da-da-da-da-da-da-da? Ja. Und Ebene 8 ist noch was, ne? Oah. hätten wir renke wenigstens renke dabei so aber ich denke mal das sollte eigentlich auch akzeptabel verein gegner hinterher bis nicht wieder irgendwo stehen bleiben und runden vergeuden dem gegner hinterher ja schauen wir mal wie viel flammen wurfe hätte ich doch vor ein elixier reingeschnabbelt gegner hinterher habe ich euch gesagt die stehen einfach nur blöd da oder möchten die da was machen die denn greift doch verdammt noch mal die gegner an jeder für sich warte hier weg von hier wir sind ein team keine attacken vielleicht so jeder für sich wenigstens new macht was was machen die greift doch verdammt noch mal an was warten die die ganze zeit da habe ich darüber fahrt so salven schlutz brauche jetzt auch noch weil sonst überlebe ich das nicht so nach egal ich glaube dann habe ich ja gar nicht mal an er hat jetzt nicht alles vorher machen können alter was batterie hier noch nicht zu nein nein ddd das schaffen wir jetzt so ja mir könnte hilfreich sein ach so einfach konnte es so gut ich habe verloren wie wäre es mit einem rückkampf ach nein vergiss es gut das war jetzt einfach alles gedacht wenn es so richtig losgeht hier mit der batterie es leuchtet hier zwar rot aber dann blinkt hier dann muss ich aufspringen aber jetzt nicht gut weil ich habe das gefühl jetzt nicht nein nein das wirklich nicht so mindestens noch mehr nein möchte ich so gut gemacht baddies aufgeht und ich muss das wieder zurück zurück stellen die einstellung und wir sind angekommen fragen zeichen ein schatz okay ja passt so jetzt darf ich keine zeit mehr verlieren was spotlight spotty spot kämpfe geschwind wieder bindet das dauert immer so lang immer dieses abwarten oder willst du doch nicht machen oder willst du doch was machen indem du was machst so in den feuer pokémon kann ich hier sowieso gut wenn das wieder zu viel damage ist obwohl es nicht sehr effektiv ist verwirrung ist so extrem ekelhaft das wäre es in den echten in den echten in den normalen spülen nichts das ist ja für genug ist es hier noch ekelhafter so wo ist es denn warum seid ihr alle an einem fleck im olga will mich anscheinend nicht verlassen ist das putzig oder ist das putzig also niedlich akrobatik ja zerstöre es musik nur alleine habe ich das bei bei im olga nicht eingestellt das kann knapp werden da oben so ich hab's gefunden yes und miu hat's auch überlebt yes wollte wahrscheinlich nur raus und abenteuer erleben ne gut yes gado haben wir jetzt auch geholfen verbunden team lightning und funcano so washerpunkt 140 ich glaub das reicht nicht für ein level up aber egal verlassen so war zwar irgendwie unnötig oder 400 und vorher haben wir 140 bekommen hmm ui es passiert wieder was lass uns morgen auch wieder alles geben sie mich genau bis morgen gute nacht warum schnachst du auf einmal zu äh ja komm speichern und fortsetzen wenn es jetzt wirklich ausgeht all or nothing wie schon gesagt ich möchte ungern jetzt irgendwie was rausschneiden oder sowas und ich habe das gefühl ich muss es rausschneiden wenn ich jetzt kurz da nach hinten gehe und mir das kabel hole hm ja es ist schon morgen die brise tut echt gut es ist irgendwas passiert ich sollte wohl langsam aufstehen hm okay das hätte ich jetzt nicht erwartet ich hätte mir jetzt erwartet okay jetzt ist renka neben uns also im forscherzentrum gelöhnt aber so ne wo bin ich hier was mache ich was mache ich plötzlich in ruhe now ja schlafwandeln ich habe gestern Video gesehen wenn man schlafwandelt und so jemanden umbringt kann man dich nicht strafrechtlich verfolgen aber nur wenn du wirklich schlaf wandelst und du nicht zurechnungsfähig warst in dem Moment wie ist das möglich wieso bin ich nicht im Hauptquartier des Forscherteams wieso bin ich auf einmal hier mhm wieder unter dem Baum das bedeutet irgendwas und dass wir auf einmal Wander sind das ja das bedeutet auch was ist außer mir sonst noch jemand hier mein Kopf tut weh hat mir jemand eins übergezogen ich kann mich an nichts erinnern nein nicht schon wieder na prima aber ich muss versuchen mich zu erinnern ich wurde zu einem Pokémon und wir haben die dunkle Materie besiegt so viel weiß ich ui was wenn wir diese Situation schon mal gehabt haben und Mew wurde dann zu Renka und wir erinnern uns jetzt vielleicht dran wer weiß danach ist Renka verschwunden und ich begegnete Mew aber ja doch ich bin Mew begegnet ich bin Mew begegnet ich bin Mew begegnet ja und beide haben zusammengearbeitet wir beide und gemeinsam gelebt aber was danach passiert ist weiß ich nicht mehr ja was geht hier vor sich das frage ich mich auch hm mystisch warum ist ja eine Medaille was ist hier los irgendwas muss doch hier passiert sein ich würde es nicht wundern wenn es Planers ist Pokémon ist auch hier Pokémon sind auch nicht hier doch also wir können uns mal was abholen achso wir mussten hierher diese Kopfschmerzen ja richtig Mew ja Mew fühlte sich plötzlich nicht gut was und brach einfach so zusammen schnell zurück nach Trubelstadt was echt jetzt in der Wammel welche hier hm oh hallo ja die Hauptkultur das ist aber komisch hm dann schauen wir mal schnell nach Trubelstadt ja das ist komisch warum sind wir dann hier hm ich sag dir was neues hm 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 ist irgendwas passiert das finde ich eben so nice so kleine Teile ne die passen sich wirklich an die Situation an schnell hm Nanu Mew ist nicht da wo steckt sie denn bloß sie ist zwar nicht immer in diesem Zustand aber ab und zu geht es ihr so schlecht dass sie das Bewusstsein verliert kannst du dir darauf einen Reim machen hm alle Symptome deuten darauf hin dass sie unter dem Einfluss der dunklen Materie steht der dunkle Materie die dunkle Materie ist nicht komplett aus dieser Welt verschwunden ein kleiner Rest von ihr existiert weiterhin und zwar genau hier im Mews Körper also Mew wurde ja anscheinend wieder geboren also wird diese dunkle Materie auch weitergereicht ich hätte gedacht die verschwindet wenn man stirbt und der Körper dann weg ist aber das ist anscheinend auch Teil der Seele hm genau jetzt fällt es mir wieder ein als es Mew zunehmend schlechter ging riefen wir Xatu um sie zu untersuchen so erfuhren wir schließlich dass Mew noch einen Teil der dunklen Materie in sich trage kann das sein dass das jetzt wieder so eine Endlosschleife wird und alles von Neuem beginnt weil wir sind ja auch wieder aufgestanden und haben unsere Erinnerungen verloren und auf einmal erinnern wir uns dann wieder und jetzt sagen treffen wir Mew an und wir machen diesen Plan ah dunkle Materie wieder auftauchen und los lösche meine Erinnerungen an dich weil sonst schaffe ich es nicht und dadurch beginnt wieder alles von Neuem Alter das wäre irgendwie düster passt auch zum Spiel ne weil da wurde doch einiges ja einige Thematiken aufgegriffen die eigentlich ziemlich dunkel sind passt auch zur dunklen Materie ne hm wohin? nach Ruhenau? ja das klingt gut ja lass uns dorthin gehen an jenem Tag wollte ich Mew zum Hügel mit dem großen Baum führen da ich dachte dass er der herrliche Ausblick gut tun würde doch dann als wir Ruhenau erreicht hatten wow ist das schön hier hm na nu wo ist der Mew? als ich mich umdrehte war Mew auf einmal nicht mehr da waaah das ist sehr mysteriös und dann verspürte ich auf einmal ein dumpfelschlag auf meinen Kopf woraufhin ich das Bewusstsein verlor aber was ist mit Mew passiert? Sebi äh Flunkiefer einfach raus Sebi wo ist Mew? ich dachte sie sei bei dir wie verschwunden in Ruhenau? hm nun dieser Brief hier ist eben bei uns eingetroffen äh ein Brief ok wir müssen die dunkle Materie ein für allemal vernichten ansonsten beginnt dieser Albtraum von neuem und deswegen werden wir Mew in der Höhle der Läuterung ein Ende bereiten denn dies ist die einzige Möglichkeit den Frieden in unserer Welt zu bewahren findet euch damit ab Mitglieder des Forscherteams die Friedenshüter ja es müssten Leute sein aus unserem Forscherteam die wissen ja nur davon also nur die wissen davon also wer kann das jetzt wirklich sein so weit zu gehen aber das ich fürchte dass die Verfasser dieses Schreibens Mew entführt haben entführt die Höhle der Läuterung besitzt die Kraft Seelen den ewigen Frieden zu schenken sie wollen sich diese Kraft gewiss zunutze machen um Mew auszuschalten Mew ausschalten ich verstehe zwar den Drang der dunklen Materie den Garaus machen zu wollen aber das ist noch lang kein Grund Mew zu opfern wir dürfen das nicht zulassen einfach was mach dich schnell auf den Weg zur Höhle der Läuterung Sebi in der Zwischenzeit werde ich die anderen zusammentrommeln Sebi los wir dürfen keine Zeit verlieren ja schön und gut aber warum muss ich da alleine hin das ist irgendwie suspekt das ganze Sebi ich habe schon gehört der Teamleiter und Flunkkiefer drubbeln drabbelt dribbelt drabbelt mhm geh du schon mal zu früh ich kann nicht mehr lesen hm ich schreit nach einer Inszenierung schau wir mal schau wir mal schau wir mal so dann lege ich mal hier schnell die Items ab und das Geld auch ablegen please und hier die Items auch die die ich nicht mehr brauche und sonst habe ich eigentlich eh Items die ich sowieso verwenden würde so den da ja komm dann noch ein paar Ops 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 das Chaos Orb so und jetzt schnell zur Höhle wo auch immer die ist wissen wir das überhaupt wurde uns das schon gesagt also das passiert automatisch jetzt darf ich mir was mitnehmen ok im Olga ich hätte schon gedacht weil wir im Olga die letzte Zeit benutzt haben die ganze Zeit dass ich im Olga nicht mehr benutzen kann Aber ich darf es. Und der Maulger wird mir helfen. Moment. Wie schaut Lavita aus? Ist weg. Hat keinen Bock. Pokémon Art. Freundschaft, Zuneigung, Standard, Level, Entwicklungsstand. Nummer. Was heißt nach Nummer? Ich möchte nur mal schauen, ob Psy-Yau hier ist. Psy-Yau müsste ja irgendwo hier sein, ne? Psy-Yau, Psy-Yau, Psy-Yau. Kein Psy-Yau. Schade. Dann Tressel, komm. Komm. Wenn schon, denn schon. So. Höhle der Läuterung. Ach so, schön blau. Die Musik. Zumindest der Anfang, der kam mir ein bisschen bekannt. Kann das sein, dass das eine Antwort weg ist? Nur ein bisschen, ja, anders gestaltet. Interesting. So, Geld, natürlich. Äh, im Mollger, ich möchte, dass du zu mir kommst, ne? Wir sind ein Gegner. Wir sind ein Gegner. So. Komm. Gut. Äh, Tressel auch. Kannst du nicht irgendwie am Romacur oder so einsetzen? War doch nicht irgendwas. So. Alter, das nervt. So, kümmert dich da mal drum. 88 ist schon ein bisschen overpowered hier wieder. So. Lave Entwurf. So, wir können ja mal, äh, ja, mal daran denken. Was könnte hier jetzt vorgefallen sein? Anscheinend von irgendeinem Retter-Team irgendwie, ja. Also gibt's vielleicht mehrere, ne? Und die haben davon Wind bekommen, aber... Ich hab gedacht, es gibt nur uns. Hm. Und wer würde das... Äh, geben? Wer würde denn das bei uns... Äh, schon machen? Wer würde soweit gehen? Die wissen ja, wie sehr Mew mir zu Herzen geht. Und jetzt noch mal so ein Verlust erleiden. Die müssten eigentlich wissen, dass das mir sehr nahe gehen würde. Beziehungsweise den Protagonisten hier. Also, wirkt das für mich gerade ein bisschen... Fragwürdig. Irgendwas steckt dahinter. Alter, was bist du für ein Hengst? So ein richtiger Troll. Nö, 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 nö. Ah, was ist das für eine Eistüte? Die ist gruselig. Warum ist die so groß? Ja, na. Kannst du ruhig einsetzen. Ist mir doch egal. Warum treffe ich? Nicht. Stopp. So. Die ganzen... Kristallnir und die Plautöne. Die Plautöne sogar. Sehr, sehr nice. Gefällt mir auf jeden Fall wieder der Ort. So. Kann nicht sein, dass das gerade alles extrem lange dauert. Dieser Kampfaustausch. Wenn man das so sagen kann. Der hat jetzt extrem lange gedauert. So. So ein langer Raum hier. Ich gehe jetzt einfach so... ...so weit weiter, wie es nur weiter, weiter, weiter gehen kann. So, rauf mit uns. Yes. Oder du kommst zu uns. Und wer war nicht denn dich? Yeah. Tschüss, du blödes Fies. Gut. Wie schon gesagt. Es ist jetzt ein bisschen fishy hier. Wissen die vielleicht wieder etwas mehr? Nach dem Sinn, okay, wir wissen, wie wir wieder Renke zurückholen können. Vielleicht haben sie ja den Schal gefunden und jetzt müssen wir zu diesem Ort hier gelangen und dort können wir Renke wiederbeleben oder irgendwie sowas. Wobei... Wollen wir das wirklich? Renke ist ja jetzt wieder irgendwie diese Identitätskrise in dem Spiel. Die ist... Ist das jetzt ein Mew, die neu geboren wurde? Also Renke, die jetzt neu geboren wurde. Renke war Mew, die neu geboren wurde. Und jetzt haben wir wieder ein neugeborenes Mew. Müsste das jetzt nicht wieder eine Persönlichkeit sein? Ein eigenes Individuum? Oder was ist hier eigentlich jetzt los? Das ist irgendwie... ...merkwürdig, das Ganze. Weil irgendwie... Ich möchte nicht jetzt irgendwie ein altes Individuum, ein altes Ich zurückholen, nur weil... Alter... Lass das. Nur weil wir... Ja... Ich möchte halt kein... Kein... Neues Individuum. Einen neuen Freund, den wir gerade kennengelernt haben. Ich möchte den nicht opfern, nur um ein altes Individuum zurückzuholen. Alter... Das nervt... So... Willst du mal rauf gehen? Oh, so nervig. Dankeschön. Äh... Ja, komm. Ja, gut, dass ich nicht gescheit angegriffen habe. Verwirrung ist so richtig ekelhaft ziel. Ich hasse es. Da muss ich eigentlich weglaufen. Könnt ihr das eigentlich mal beziehen? Haha. Gut. Na ja, schauen wir mal, wie das jetzt ausgehen wird. Also, ich habe mich eigentlich ja schon damit abgefunden, dass wir jetzt hier... ...eine neue Renke haben in dem Sinn. Mit Mew. Oder was ist hier eigentlich die ganze Zeit los? Haha. Das ist sehr, sehr verwirrend, das Ganze. Hm. Hey, da unten ist ein Mega-Stein gedönst. Was? Das habe ich übrigens auch sehr merkwürdig gefunden. Mega-Floig! Was? Haha. Okay. Äh... Ich fand es halt auch in dem Spiel extrem merkwürdig. Es wird ja irgendwie die Mega-Entwicklung angepriesen, aber... viel davon haben wir nicht wirklich erfahren. Haha. Das hätte man auch doch ziemlich episch einbauen können, aber es war halt auch irgendwie merkwürdig, ne? So. Es wäre merkwürdig gewesen, weil... Wenn du als Protagonist dann dich Mega-Entwickelst dann am Ende, ne? Weil das ist ja... Eine Stufe höher, kann man sagen. Also so richtig finalhaftig. Ähm... Ja. Dann dann... Das geht hier natürlich jetzt nicht. Weil nicht jeder Start eine Mega-Entwicklung hat. Haha. Das war halt irgendwie merkwürdig. Ist zwar nice, dass sie das eingebaut haben. Aber... Es ist halt auch irgendwie... Antiklimatisch. Wir haben es zwar am Ende mit Mega-Entwicklungen zu tun gehabt, ne? Aber das wurde auch nicht wirklich... Gut in Szene gesetzt. Das war einfach so... Oh, die Schatten sind jetzt Mega-Pokemon! Haha. Und das war's. Das war halt auch irgendwie merkwürdig. Ja komm. Schnabuliere es, wie du es nur schnabulieren kannst. Ähm... Was ist das da oben? Verbotsamen... Nee. Hab ich schon wieder dieses Viech. Alter! Nein! Ich möchte, dass du uns unterstützt, du schönes Tressella! So. Jees! Vernichten es! Vernichten es! So. Los! Kann man das wieder wegschubsen? Alter! Ja, das wirklich! 36! 1. 1. 1. 1. Ja. Müssen wir uns das anklotzen. So. Du kommst mir nicht davon. Äh... Achso. Das war's schon. So. Und von hinten greifen wir an. So. Greifen wir die Gegner an! Und wir greifen sie an. Achso, ich kann nicht. So. Dann Gigasauge es und zerstöre es. Dankeschön. So. War hier etwas... Yes. Ich seh hier auch 50 Minuten. Okay. Ist das noch der Part? Ja. Müsste schon. Wo ich gesagt habe, das wird heute der letzte Part. Egal wie lange es dauern wird. Ich werde so lange spielen, bis wir das abgeschlossen haben. Gut. Doch nee. Nervige Schwall. Was ist nervig? Wir müssen Mew retten, die Sau schaut. Also bleibt mir von der Seele. Bleib einfach weg. We don't need you. Weißt du, was passiert? Attacke! Was hast du davon? Wenn du uns nervst. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wala wala wala. Ja, wir sind Hunger. Aber das... Was... Hey. Es geht um Mew. Ich hätte mir anschauen sollen, wie groß die Höhle ist. Wobei, ich glaube, das konnten wir so gar nicht. No, no, no. So. Gut. Weil das vorher schon rechts oben war. Der Raum mit der Treppe. Denke ich mal, wir sollten uns jetzt links orientieren. Wehe, da rechts oben ist es jetzt. Na gut. Hier scheint was zu sein. Top Elixier. Ja, können wir auch mal trinken. Ja, komm. Ja. Ja. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal ins Menü zu gehen. Hey, du bleibst mir weg. Husch. Ja. Tja. Dann setze ich euch das ein. Und ich treffe natürlich wieder nicht. Machen? Treffe ich nie. Sagte ihr. Was übertrieben ist mit nie treffen. So. Goldbahn. Wie soll ich mir das jetzt erklären? Wie habt ihr das im Auge jetzt geschafft? Haha. Einfach so. Ist episch vor Drissela. Äh. Geflogen. Ne. Hat sich hingeschmissen in die Laufbahn. Und. Hat dann. Den Schlag abbekommen. Oder wie. Wie. So. Gut. Dann greifen wir das Vieh eben an. Solange das uns nicht wieder verwirren möchte. So. Wollte ich gerade sagen, das müsste jetzt K.O. sein. Aber nein. Come on. Drissela, come on. Please. Du wunderhübsches Pokémon. Es ist eben noch die Möglichkeit, dass es jetzt rechts oben war. Was ist das für ein ekelhafter Aufbau gewesen? Wir waren da rechts unten gefangen und da ist die Treppe. Genau. Haha. Es war ein richtig ekelhafter Aufbau. Wir haben keine Zeit dafür. Was soll denn das? Hörtner. 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 Ja. Hilft dir auch nichts gegen Flammenwurf. Aber wenn ich nicht treffe, dann hilft das auch nichts. Sandwirbel. Auch noch. Muss mir so zu sagen. Ja, wir schauen. Du triffst einfach nicht. Hahaha. Aber da treffe ich, ne? Wieso nicht so, als wäre das kilometerweit weg gewesen, dieses Viech. Und wenn es direkt vor mir steht, dann treffe ich natürlich nicht. Was war das schon wieder für eine Attacke? Die Drogenattacke oder was? Nee, nee, nee. Lass das. Lass das. Lass das. Ich möchte das nicht. Es kann ruhig hin und hinter uns her laufen. Das ist Viech. I don't care. I don't care. Ja, da unten ist die Treppe. Das will ich. Das will ich. Ebeniert sehen. Und dann eben unsere Panzer die Verteidigung schwingt, obwohl sie steigt. Aber was tun wir hier? Das war knapp. Ich treffe wieder nichts. Warum treffe ich nie hier? Was wirst du hier? Scham, das ist doch. Dann siehst du jetzt eine Attacke voraus. Aber das bringt er nicht. Kriege ich jetzt noch ein Damage? Oder halt nicht. Da ist ein Warbringel. Ringel dingel. Single dingel. Ich bin Single immer noch. Und ne Jungfrau auch noch. Das ist geil. Weil es da. Naja. Kommt halt drauf an. Wie. Wie man dazu steht. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute einfach nur ne Partnerschaft brauchen, weil sie sich sonst so einsam fühlen. Aber das spüre ich zumindest überhaupt nicht. Irgendwie ne Einsamkeit oder so. Wobei ich denke. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute einfach nur extrem anhänglich sein können. Emotional. Und die brauchen unbedingt jemanden in unmittelbarer Nähe. Weil ich bin von meiner Natur aus eher. Ja. Ich habe zwar nichts gegen Teamarbeit oder so. Aber ich bin auch in einer gewissen Art und Weise ein Einzelgänger. Also ich mache auch vieles alleine. Und habe absolut nichts dagegen. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Oder. Ja. Ich finde es halt nicht schlecht. Oder ich kann es halt verkraften. Dass ich noch. Bisher in meinem Leben. 22 Jahre alt. Über 22 Jahre alt. Hatte ich bisher noch. Keine. Einzige. Lebenspartner. Wann kommen hier jetzt diese Pokémon auf einmal da hier? Gar nicht overpowered. Nö, nö, nö. Ich bin einfach geduldig würde ich sagen. Geduldig. Warte auf die richtige. Bzw. Ich lebe einfach mein Leben. Und ich denke mal. Dann werde ich eh. Vielleicht mal die richtige finden. Und wenn nicht. Dann finde ich das auch nicht schlecht. Weil. Ja. Ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Lebenspartner würde ich jetzt spontan sagen. Kann ich dich eigentlich angreifen? Gut. Wäre schon ein bisschen komisch gewesen, wenn ich dich dann angreife und du wirst aggressiv und tötest mich dann. Was passiert jetzt? Na du. Bittest du einen Schutz? Dankeschön. Solange du jetzt nicht daherkommst und sagst. Hey. Gib mir Money. Ich habe dir gerade geholfen. Also. Give me Money. Bitch. So. Über wieder gerne. Autsch. Ne, ne, ne. Lass mich ihn holen. Nicht nur wieder. Achso. Du raubst mir da ein Item. Was bist du für ein Horst Jürgen? Was erlaubst du dir denn eigentlich? Natürlich. Puh. Naja. Wie schon gesagt. Ich finde es nicht schlimm. Ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Lebenspartner. Ich gebe mich auch zufrieden jetzt zum Beispiel wenn ich live streame, dass ich da Zuschauer habe. Oder auf Discord oder Twitter unterhalte ich mich auch. Da gebe ich mich eigentlich schon zufrieden, dass ich da Leute habe. Also fühle ich mich auch nicht einsam. Und ich habe auch noch real life Freunde so gesehen. Äh. Zwar. Habe ich jetzt mit denen nicht so viel Kontakt. Aber da kann ich die auch anschreiben. Also. Ja. So einsam fühle ich mich eben nicht. Deswegen finde ich. Ja. Und ich brauche eben jetzt nicht diese Zuneigung. Alter. Ist das nervig. Biss man mal. Biss man. Biss man. Biss man mal. Biss man mal. Biss. Biss man mal. Zu der Gelegenheit. Kommt. Diese Viecher anzugreifen. ist schon das halbe Team tot. Oder das ganze Team tot. Und man hat schon fünf Belebersamen verbraucht. Und man hat keine Belebersamen jetzt mehr. Das ist richtig ekelhaft. Nur wegen dieser Ich greife dich von tausend Meter Entfernung an. Ja, dann stirb halt. Mir doch egal. So. Hey, dankeschön. Hatte wahrscheinlich Mitleid jetzt. Nee, nee, nee. Kein Bock drauf. Vielleicht sind wir eh jetzt schon unmittelbar in der Nähe. So. Und wie es ausschaut, sind hier die ekelhaften Pokémon eh nur Psycho-Pokémon auch dazu. Die können noch ekelhaft werden. Ich wollte sagen, Eis-Pokémon. Und da ist wenigstens nicht sehr effektiv gegen mich. Aber wieder zurück zum Single-Dasein. Viele empfinden das ja auch irgendwie als negativ. Die wahrscheinlich negative Erfahrungen gemacht haben. Vom Single-Leben. Die sagen dann, sei glücklich drum. Wie schon gesagt, ich warte jetzt oder ich bin einfach nur sehr, sehr geduldig. ähm, was jetzt die Partnersuche betrifft. Ah, guter Lander. Will das mich von der Seite angreifen? Kann das sein? Vielleicht nimmt es mich ja nicht wahr. Nö, 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 nö. Ich habe ja keine Belebersamen mehr. Alter, die ziehen immer so viel ab, ey. Oh, natürlich kommt diese Hütefäste dort unten. Vielleicht kriege ich ja Schnee. Es könnte mich von der Ferne angreifen. Dann setze ich mal ein Orb ein. Reduzier Orb. Jupp, dann kann ich mir jetzt noch... Ich habe gar keine Dingswunsch mehr. Alter, seht ihr das? Das ist richtig ekelhaft. So. Und ich verschwinde mal von hier. Oh. Sagen wir endlich, dass wir da sind. Endlich, finally. Ich denke, ich bin schon ganz schön weit vorgedrungen. Oh. Dort hinten sehe ich etwas. Okay. Ähm, ju. Warte. See, wie nicht. Komm nicht näher. Diese Stimme. Unmöglich. Das darf doch nicht wahr sein. Trommelwirbel, wer ist es? Okay. Der Dreide ist das gleich aus. Das werde ich nicht herausschneiden. Schild aktivieren, weil ich bin in Unterhosen da. Dass man mich nicht zieht. So. Ihr seht mich nicht in Unterhosen. Nein, 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 nein. So. Schnell. Habe ich das nicht gut gemacht? Lobet mich. Ah. Alles zerstörende. Ich zerstöre dich. So. Das war natürlich jetzt nur so eingebaut, um Spannung aufzubauen. Wer kann es sein? Ich habe euch jetzt Zeit gelassen, euch ja selbst Gedanken zu machen. Wer kann das sein? Also. Diese Stimme. Wer kann das sein? Blanos. Und die Megalon. Aber warum wissen die davon? Das ist irgendwie... merkwürdig. Ihr wart also diejenigen, die mich in Ruhenau angegriffen haben. Und ihr steckt auch hinter der Entführung von Mew. Hier. Tut mir leid, Sevi. Halt die Klappe. Ich weiß, dass wir dich da in einem ziemlichen Schlamassel hineingeritten haben. Glauben wir, das wollten wir nicht. Aber trotzdem. Die dunkle Materie muss um jeden Preis vernichtet werden. Wir haben keine andere Wahl. Es ist schließlich unsere Schuld, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Das können und wollen wir kein zweites Mal zulassen. Ihr denkt aber auch nur an euch selbst. Ich wollte noch eine zweite Chance geben, Planers, aber so... Ja, das verstehe ich natürlich. Nein, verstehe ich jetzt nicht. So etwas darf unter gar keinem Umständen noch einmal geschehen. Aber... Aber... Mew. Verzeih mir, Sevi. Sie hat das bald hinter sich. Halte dich bitte so lange zurück. Wollt ihr das jetzt unserem Protagonisten ernsthaft antun? Mew verschwindet. Das soll es also gewesen sein? Einfach so? Ernsthaft? Nein, jetzt geht doch nicht auf. Einfach so. Ja, was heißt jetzt die dunkle Materie lebt in hier weiter? Das mit der dunklen Materie verstehe ich sowieso noch nicht. Naja. Das soll es also gewesen sein? Einfach so? Ernsthaft? Das frage ich mich auch. Ja, jetzt kannst du noch was unternehmen, ne? Nein, nicht mit mir. Ich will nicht von dir getrennt werden. Wenn sie wieder aufwacht, werde ich der dunkle Materie schon Einhalt gebieten. Und deshalb kann ich das ihr nicht zulassen. Ich will nicht schon wieder einen Abschied mitmachen müssen. Los. Nein, nicht entwickeln, please. Nicht entwickeln. Einfach nur der Schal, okay? Das ist... Woher kommt jetzt der Schal? Von unserem Schal war der Schal 1 mit diesem Ju? Was ist hier los? Kann es sein? Kann es sein? Kann es sein? Ist das... Und? Äh. Ich bin gespannt auf die Erklärung. Renker! Wow! Äh, Sebi? Oh, die Musik wieder. Dort liegt doch Renker, nicht wahr? Während ich schlief, konnte ich sie ganz deutlich spüren. Deine innige Zuneigung, Sebi. Meine innige Zuneigung? Ganz genau. Achso, nein. Ich hab gedacht, der Spikachu steht einfach auf. Ampfer aus. Xatu. Flunkiefer. Entschuldige bitte, Sebi. Wir haben das alles eingefädelt. Hab ich mir doch gedacht. Um dich auf die richtige Fährte zu bringen. Äh, mich... Ich hatte das nämlich alles bereits vorher gesehen. Das klingt irgendwie immer so antiklimatisch. Es gibt einen Pokémon, der sowieso alles weiß. Also kann man das eigentlich fragen und dann ist alles okay. Also das mit Renker, die in Mew eingeschlossen war. Okay. Mir gefällt die Richtung, die eingeschlagen wird. Dass es Mew immer schlechter ging, lag nicht etwa daran, dass in ihr noch Reste der dunklen Materie übergeblieben waren. Vielmal lag es daran, dass Renker in ihr weitergelebt hat. Eines war mir klar. Wenn es uns gelingen würde, sie zu befreien, würde Renker wieder in diese Welt zurückkehren. Doch ausschlaggebend hierfür war letztlich die Stärke deiner Gefühle für Sebi. Das war es, was Xatu ganz klar und deutlich vor seinem geistigen Auge gesehen hatte. Kurz darauf kamen Planer und die Megalon zu mir, um mich um Rat zu fragen. Planer und die Megalon? Sie fühlten sich dir gegenüber schuldig, Sebi. Also haben sie ganz fieberhaft nach einem Weg gesucht, den Jarden zumindest ansatzweise wieder zugut zu machen. Und als sie dann von Xatu hörten, dass es vielleicht eine Möglichkeit gäbe, Renker in diese Welt zusammen zurückzubringen, da haben sie sich sofort bereit erklärt, die Sache in die Hand zu nehmen. Ich dachte, es könnte spaßig werden und habe mich davon anlocken lassen. Tja, und so bin ich schließlich hier gelandet, ja. Aber ich bin froh, dass ich hierher gekommen bin. Es tut mir leid, dass es zwischendurch mächtig runter und rüber gegangen ist. Ja, das war in der Tat heftig. Aber lassen wir die Vergangenheit ruhen. Viel wichtiger ist jetzt Xatu. Heißt das, es ist alles glatt gelaufen? Und Renker ist auch wirklich wieder keine Sorge. Alles ist nach Plan verlaufen. Renker ist in unsere Welt zurückgekehrt. Sie dürfte auch jeden Moment ihre Augen aufschlagen. Was ist jetzt mit Mew? Weil ich habe es ja so verstanden und so würde ich mich auch zufrieden geben mit dieser Conclusion, dass Renker, also das Pikachu wurde, oder beziehungsweise Mew, wurde als Renker wiedergeboren. Ne? Also irgendwie, es gibt eine Seele von Mew und auch von Individuum Renker in Renker drinnen und jetzt musste irgendwie dieses Individuum von Mew wieder zurück. Also weg. Kommt ja von der Vergangenheit, glaube ich, in die Zukunft. Und so habe ich mir das halt erschlossen, okay, wenn wir die Renker aus Mew herausbekommen, also die Renker-Persönlichkeit, die können wir retten. Aber das müsste eigentlich bedeuten, dass Mew wieder zurück müsste. Oder ist das jetzt auf einmal scheißegal? Dass jetzt einfach ein Wesen von früher da ist. Ist das jetzt egal? Oder ist jetzt Mew die alte Mew? Oder ist Mew jetzt eine neugeborene Mew? Das ist eben nur so mhm, was? Na, da bin ich aber erleichtert. Ich kann euch gar nicht sagen, wie unendlich froh ich bin. Ich bin so froh. Unwann. Finde ich auch nice mit denen, dass sie hier auch die Arbeit verrichtet haben. Ich glaube auch, das passt auch von der Story her, dass sie jetzt hier sind, weil, na, wir haben ja schlechte Erfahrungen mit ihnen gemacht und deswegen kam es so überzeugend, überzeugend kam es rüber, dass sie jetzt da waren und Mew entführt haben. Das ist eigentlich gut eingefädelt worden. Muss ich sagen. Gut gemacht. Planes, Sebi, Renka, endlich sehen wir uns wieder. Ich bin euch allen unendlich dankbar. Vielen Dank alle zusammen. Mön. Danke, Sebi. Vielen, vielen Dank. Boah. Und so begab es sich, dass Renka in die Zeit der Pokémon zurückkehrte. Mew begab sich zurück in den Geheimdschungel. Doch sie blieben in Freundschaft verbunden. Heißt das, Mew jetzt einfach hier bleibt oder ist jetzt Mew wiedergeboren worden, also jetzt die heutige Mew und die damalige Mew, da ist halt die Seele drinnen in der neuen Mew, ist aber jetzt weg, das alte Mew, alles neu, alt, wiedergeboren, aah, ist noch ein bisschen verwirrend. Und wann immer sie Mews Hilfe brauchten, eilte sie herbei. Lanas wurde indes von den Dorfbewohnern herzlich in ihrer Mitte aufgenommen und ließ sich mit dem Megalon dauerhaft in Ruhenau nieder und schließlich beim Forscherteam in Trubelstadt ist das ungewohnt ohne Charles Mew Lass uns auch heute wieder 100% geben Unsere Freundschaft Charles haben wir jetzt zwar nicht mehr aber uns tut unserer Freundschaft überhaupt kein Abbruch Ich hoffe dass wir weiterhin gemeinsam viel Spaß beim Forscherteam haben werden Möchtest du speichern Nein ich möchte schauen ob noch irgendwas kommt lasst uns auch heute wieder alles geben Freunde jawohl und noch irgendwelche Abschlussworte schön euch wieder zusammen zu sehen euch wieder zusammen zu sehen Das habe ich falsch betont Egal Gebt euer Bestes Ach Übrigens Es gibt eine Kleinigkeit um die ich euch gerne bitten würde Habt ihr beide schon mal von Schätzen der Welt gehört Den Schätzen der Welt Nein Was hat es damit auf sich Es handelt sich dabei um auf der ganzen Welt Verschreute äußerst seltene Schätze Ich hätte gerne dass ihr aufbrecht und sie sucht Würdest du mir bitte dein Forscher Gadget ein Augenblick Leiern Das kommt mir noch hinzu Ja Ja So Wertig Nun könnt ihr auf der Karte der Forscher Gadget sehen wo sich die Schätze befinden Sie befinden sich in Dungeons die mit einer Krone genzeichnet sind Jetzt müsst ihr nichts weiter tun als die Schätze in den jeweiligen Dungeons aufzustöbern Oh und außerdem habe ich dem Forscher Gadget die sogenannte Schatzliste hinzugefügt Dank dieser Übersicht wisst ihr stets ob ihr einen Schatz bereits besitzt oder nicht So dann wünsche ich euch viel Erfolg bei der Suche nach den Schätzen in der Welt Halt da wäre noch eine Sache sollte dir bei der Bewältigung eines Dungeons unsere Hilfe benötigen dann sind alle Mitglieder des Forschertims für euch da ruft uns einfach wenn ihr an unserer Seite ein Dungeon erkunden wollt Verbunden episches verbunden da 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 interesting wurde aktualisiert da gehen wir natürlich auch ohne Schals das schaut jetzt so komisch aus naja so nackt ich fühle mich jetzt ernsthaft oder ich fühle die zwei Pokémon hier ich sehe sie jetzt als nackt an ohne die Schals Goldrang das vorgefärbt der teams 20 Goldbahn dann haben wir das hier ja da ist interessant vorangekommen und dann schon ein YouTube Genesekt das ist noch nicht alles oh je das erweitert we das dauert das dauert und kommt noch irgendwas quapsel yes endlich quapsel auf das haben wir die ganze Zeit gewartet oh mein Gott ich erwarte aber immer noch dass was kommt was uns das Spiel jetzt aufzwingen wollte das Spiel wollte sagen da hat sich jetzt was geändert also gehint aber das war ja noch alles der Goldrang oder oder war es das so ok oh gut dann wie es ausschaut hier Schatzliste misteröse Schatz Gold Items und die Karte ist hier ne die Weltkarte sie sehen wir das irgendwo 33% Fortschritt nur ne gut das möchte ich mal schauen steht da hier irgendwo da ist der Schatz drin oder so wird das irgendwo gekennzeichnet sind halt nur Aufträge hier was bedeuten die roten Zahlen da Weltenbaum kann ich da irgendwie Info gut 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 dann wird das so gekennzeichnet also jetzt neben dem vervollständigen der Karte also dem Auffinden aller Dungeons Schaut so aus dass wir jetzt auch noch Schätze finden können fürs Aftergame gut gefällt mir dass man hier noch sehr viele Möglichkeiten bekommt ach ja ist jetzt aber auch relativ wurscht ich glaube das war es jetzt wirklich das darf doch nicht nah sein Skopel hat schon wieder etwas vergessen jetzt muss Skopel zurück und das holen gut gut jetzt singen alle noch am Ende lasst uns alle ein heiteres Friedenslieder anstimmen am besten ein Kanon erwachsene Kinder einfach alle sollen mitmachen das entscheidende ist dass wir alle zusammen singen gemeinsam ich werde mit voller Inbrust singen tut mir leid ich bekomme schon wieder kein Ton heraus ach ja lasst uns aus voller Kehle singen kräftig zubeißen können wir später doch ach ich find das geil wenn ich einfach nur zwitschere dann geht das schon als Gesang durch oder ja kann man schon sagen und unser Kampf Dojo Meister ab und zu sollte ich auch mal meine Stimmbänder erhöhen ach und du auch noch unser Nietz soll den Frieden zu einem stetigen Gast in unserer Welt machen ähm stetigen Gast was ich check's grad nicht egal geradewegs an ziel so das lauf muss das lauf wende ich hätte gedacht du singst das was egal was hat sich angeregt mit gerardax unterhalten gerardax wirkt sehr glücklich er sagt okay haben wir nicht schon öfters mit gerardax irgendwie unterhalten gut gut dann gerardax hallo verbunden gut und ja da können das ist eben sehr schön durchdacht das sind die Einwohner hier in trugelstadt sehr sehr schön was ist mit du meine stimme ist pures gold wert das ist keine übertreibung ne 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 überhebliches kämpfen ich kriege zwar nur schiefe töne heraus werde ich mir aber allergröße nur geh okay auch heute schock ich wieder immer fröhlich vor mich hin okay die arbeit ruft so du arbeitest noch oder wüsste zufällig wo Rottemann und Rappet da stecken die Faulpelze haben nämlich noch jede menge arbeit zu erledigen naja andererseits geben sie sich immer sehr viel mühe böse nicht Zeit zurückschalten mal gang okay snubbel nun schon wieder auf waschaufdruck snubbel tatentragen echt snubbel gut ist hier drinnen noch jemand navigator yes äh es gibt da eine die hat es mir angetan äh erzähl mehr erzähl mir mehr ja wer hat es dir denn angetan ravigato vielleicht miltank danke dass du mir zugehört hast wer es mir angetan hast willst du wissen du lässt nicht locker wie nun und da beende ich jetzt das let's play ne natürlich nicht ich möchte nach ruhe nach dem baum da möchte ich abschließen nun ihr name lautet miltank miltank ich kann es nicht sagen oh miltank oder miltza miltza nee please not oh ravigato verbunden und ja das ergibt sinn oh mein Gott das konexosphäre yes erweitert ach sehr sehr schön und du kein wort davon zum miltank verstanden sie sieht zwar nett aus aber das täuscht sie kann echt zur furie werden und wenn sie erstmal in fahrt kommt dann rammt sie dich ungespitzt in den Boden ich liebe sowas ich liebe sowas auch den struggle hier mit ravigato finde ich richtig episch in dem spiel danke dass du mir zugehört hast hm wer es mir angetan hast ja ragato miltank was ich hab nicht miltank gesagt ja 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 wir wissen sie der letzte lohn ja ja kann sich sehen auf jeden fall gut alter so viel gilt es hier noch zu erledigen der part hat wieder krasse überlänge aber ja auch wurscht nee und dich kümmere ich mich jetzt nicht so dann schauen wir nach Hause hm nach Hause nach Ruhenau nach Ruhenau und schauen uns da noch ein bisschen um ich möchte noch sie aussehen auf jeden fall ja Abenteuer klingt aufregend hm ich sorge hier für sicherheit bieb bieb ich mache jeden böse wichtigen fest ohne ausnahme außer der dunklen Materie und alles andere hier in dieser story sicherheit geht vor bieb bieb okay hör mal es geht um Tediosa sie hat am ende die idee sich zu entwickeln doch über den haufen geworfen das ist mir aber echt ein stein vom herzen gefallen sage ich dir puh oh Gott du hast ja die ganze zeit so kindisch herumgetan und Teddy Ursa war so ich möchte zerwachsen werden und das war der ganze struggle in dem spiel da kann ich mich noch erinnern ich bin zwar neulich extra zu Xerneas gegangen aber ich habe mich dann doch noch dazu entschlossen mich nicht zu entwickeln mein eigentliches ziel war es ja größer zu werden als ursache aber im endeffekt wäre ich nach der entwicklung ja bloß genauso groß wie er also habe ich es sein lassen und mal ehrlich sehe das nicht reichlich merkwürdig aus zwei ursachen direkt nebeneinander nicht wirklich ach ja wie es gibt Neuigkeiten ich habe beschlossen mich hier in Ruhenau niederzulassen die an die beiden anderen übrigens auch alle hier haben uns so herzlich aufgenommen wir wissen gar nicht wie wir uns das zu bedanken sollen man so nütlich es sind diese kleinen Geschichten auch von den NPCs die sind einfach so ja ich liebe es Kuhn Rektor guck mal da ist voll lustig ich mag ihn wie ihn keiner ernst nimmt Sieh, Rirenka, Ami also ich muss schon sagen ihr beiden habt euch prächtig entwickelt, Trainer oh hey glaubt ihr äh glaubt immer an euch und verliert eure Träume nie aus den Augen schön gesagt sagst du was neues Mitteilung aha das weiß ich also egal hallo freut mich euch zwei wieder zu sehen habt ihr schon bei Karetters und Planers vorbeigeschaut das wären wir natürlich noch ich hätte mir wenigstens noch dein Face gewünscht hallo hallo sagst du was neues nope da nehme ich mir natürlich noch die Zeit hallo 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 ein lehrer hat was denn ein lehrer hat etwas zu sagen als lehrer freut es mich ganz besonders nicht mit anderen austauschen zu können vielen dank das hat mich glücklich und öffnet sich so der weg zu den anderen wahrscheinlich schon oder ich warte und kann ich die die vier kriegen muss ich da zu euch gehen oder was mir steht der sinn nach einer langen tiefgehenden gespräch warum wollen die sich da und unterhalten aber ich weiß nicht so recht will ich wird wirklich zu guck mal da dankeschön das war sehr anregend manchmal tut es einfach nur gut sich über dies und das auszutauschen habe ich recht verbunden lange animationen ich frage mich ob es irgendwo sonst noch verbindungen gibt irgendwelche speziellen auf der welt aber ich denke mal das sind die wichtigsten verbindungen die möchte die möchte ich jetzt mit euch noch durchnehmen bevor ich das let's play beenden so hallo ich habe etwas zu erzählen warum haben die alles was zu überziehen haben die alles was zu erzählen ich kann deutsch nicht weiß es hat spaß gemacht mit mir zu plaudern deshalb habe ich einen schluss gefasst ich möchte auch mit abenteuer auf gehen da ein sagen wir nicht weil ich jetzt guck mal da ausgelassen habe geht jetzt so die cheater so dies nicht so dies und dann so dass sie da geht dann mit uns aber abenteuerreise genau wie die anderen und der einzige lehrer ist dann nur noch dieser heinie kurs um den kindern hier aus urenau ein gefallen zu tun freunde ich mich jetzt noch mit guck mal da an so also wenn einer meiner mal sind was sagen dürfte ja ok freunde freunde dich mit mir an die mit mir auf abenteuerreise weil dann kannst du keine kinder mehr seelisch demolieren wacht meiner einer oder träumt ja mir durch dies ist das erste mal dass wir uns in einem punkt einig waren die erziehung die meine die meiner einer den kindern angedeihen lässt hat wohl früchte getragen nein es ist ein ekelhafter charakter ich mag ihn überhaupt nicht weg verbunden ich bin ja froh dass anscheinend mag b also auch die anderen kinder hier ihn nicht wirklich ernst nehmen da bin ich froh wenn die das ernst nehmen was ja da von sich gibt dann tun mir die wirklich leid ich frage mich aber wo sind denn jetzt die anderen kiddies hier ja nicht die müssten alle irgendwo da sein sie haben unsere nervensegen sind zurück ich meine lasst uns doch mal gemeinsam auch wenn ich es nicht vergessen ich glaube so heißt irgendwie in englisch aber pappen ich vergesse nicht den tag als du mir und dem mauliger im weg gestanden bist willkommen zurück liebe und renko wir hatten zwar so unsere reiberein aber ich freue mich tierisch dass ihr wieder hier seid ach ja das ist sehr sehr schön und hier knospi wie geht's dir oh sebi und renka willkommen daheim waren du niedlich sebi renka willkommen zurück ach ja auch nur so ein willkommen zurück reicht mir schon macht mich happy so jetzt seid wieder zurück willkommen zurück zurück gibt mir gescheid wenn ihr wieder zu einem abenteuer ausrückt ich liebe das wie ich habe sie auch so da ist noch was ja wartet hier und die zwei du da willst du mich mal anfassen mein körper ist ganz weich und glitschig der gedanke an sich vor angstwinde der pokémon macht mich glücklich das habt ihr erreicht geht weg äh gut dann gehen wir zuerst zu wem zum planer oder zu deinem opi kommt zum opi hallo altes haus wie geht's dir bleib immer an deiner seite an der seite von renka ja und glaub immer an dich und deine träume war das jetzt irgendwie eine bestätigung okay du darfst renka heiraten und hier was blärwitscht du so herum sebi äh nun die leute im dorf haben die megalon und mich mit offenen armen aufgenommen und das nachdem all nachdem wir allen hier so übel mitgespielt hatten ich kann mich echt glücklich schätzen dass die leute hier nicht nachtragen sind ich bin echt total dankbar find ich auch ne sehr so schöne story mit denen im gegensatz möchte ich meine ganze kraft in den dienst des dorfes stellen und falls ihr beiden meine hilfe brauchen solltet bin ich gerne dazu bereit euch bei euren abenteuer zu unterstützen also also was 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 ich noch sagen wollte was was ich noch sagen naja er ist happy war das jetzt aber nur er oder wurde er jetzt auch schon mind controlled von der dunklen materie und deswegen war er böse das erschließt mir noch nicht so ganz und wie geht's dir eigentlich nicht die arbeit ruft siehst du nicht wo wir uns gerade befinden gut hat jetzt auch lange gedauert wer wartet hier warum ist hier so viel los naja finde ich auch schön hey wie geht's euch bei mir ja willkommen zurück ihr beiden ich schätze dass dieser ort viele erinnerungen in euch weckt habe ich recht ja deswegen habe ich mich entschlossen hier das let's play abzuschließen auch sehen wir und renka seid ihr zurück das ist aber eine tolle überraschung ich hoffe ihr bleibt diesmal etwas länger ja 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 wir haben jetzt alle zeit der welt ne was redet ihr so viel herum ja ja schön dass ihr wieder hier seid äh das stichwort ist wassersportarten ich will mich mit jemandem austauschen blablablablablabla dann da ja 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 ich hab früher auch gerne mich im wasser befunden bin auch eigentlich wöchentlich schwimmen gegangen mit freunden weil ich war ein sehr sehr ein wassermensch kann man sagen wenn ich groß bin möchte ich genauso sein wie du sie wie gut ich war auch ziemlich gut generell im schwimmen bzw schwimmen haben wir auch das thema gehabt ne ich habe ja gekrault und bin nicht geschwommen irgendwie sondern ich bin die ganze zeit nur gekrault oder halt im wasser auch da glaube ich bin ich geschwommen mit dieser bewegung wenn ich unter wasser war wir hatten da so ein äh bade badeort gedöns schwimmbad so was das hatte so ein strudel wo man halt so durchgewirbelt wird und da war ich auch immer sehr gerne drinnen da ging manchmal immer an und dann wirbelt man die die leute da in diesen strudel immer durch im kreis herum und das habe ich sehr gerne gemacht kann jemand dieses item zustellen und welches denn Hilfen Mann ey da sind wir ja gerade gewesen naja egal so gut vielen dank und du Ich will endlich zur schule gehen dürfen OH MEONG ja äh passt auf den kohenrektor auf ist die landschaft hier nicht einmalig schön nur diese sprechblase die nervt gerade kann man die irgendwie besetzen die stört einfach die klappe so das geht anders nicht so da ja dann sind wir hier nicht alleine ist aber auch wurscht dann die ganzen sprechblasen ich hab's mir anders gedacht okay hier ist der punkt gut dann bleiben wir hier zwar ein bisschen ich wollte eigentlich unter dem baum sein bisschen abgelegen hier aber egal wie geht's dir gut leute das war's jetzt wirklich der abschluss jetzt so gesehen ja der abschluss das schlusswort beziehungsweise jetzt noch mal schauen wie es den anderen geht das hat jetzt schon länger gedauert als gedacht aber mir egal habe ich sehr gerne gemacht hier zum abschluss und ja hier sind wir nun angelangt am ende vom let's play ich habe schon gesagt ich gebe mich zufrieden wie die sache hier geregelt wurde mit renker ganz am ende ich fand das auch mit mir die beziehung die aufgebaut wurde sehr sehr interessant zwar weiß ich immer noch nicht so ganz was sitzt ganze sache hier war mit und wiedergeboren und renker wie ich das verstehen soll keine ahnung na ich habe schon ahnung ich weiß aber nicht wirklich was da jetzt gewollt war ist jetzt das egal beim ju hier noch in dieser welt verweilt weil es ist ja so gesehen die neugeborene mu und die alte mu hat sich sowieso schon längst verabschiedet oder wie soll ich das jetzt mir denken aber wenn das sowieso schon der fall war naja ich wollte schon sagen wenn das sowieso schon der fall war warum musste dann renker weg aber wahrscheinlich sind die beiden jetzt wirklich zurückgereist in news gegenwart also auch renker weil eben jene mu war ein renker drinnen und so ist vielleicht renker gestorben in dem sinn in dieser welt und dann wurde mir wieder geboren also die seele von mu und renker die haben wir entdeckt und aus dieser neugeborene mu ist dann eben die alte renker also die seele von renker war ja noch in dem new drinnen durch die schale sehen ist halt aus dem new heraus aus dem neugeborenen new heraus wieder in unsere welt gekommen und deswegen lebt jetzt renker noch soll ich mir das so vorstellen so erkläre ich es mir so habe ich auch das gefühl würde es vom spiel erklärt und da gebe ich mich zufrieden also ich habe es schon angesprochen mir wäre es eigentlich recht gewesen wenn wir jetzt einfach mit mu weiter arbeiten die ja eigentlich die neugeborene renker und die neugeborene mu ist wenn wir da die neue beziehung haben und renker ist einfach hinfort hätte ich eigentlich begrüßt aber so wie es hier jetzt geregelt wurde finde ich gar nicht schlecht also ich bin zufrieden hier mit dem after game und auch mit der story ich habe jetzt das gefühl ja man kann jetzt noch einiges machen aber so von der story her war es das aber ich jetzt schon das gefühl es ist zwar jetzt nicht so lange jetzt wie keine ahnung team himmel wo das after game extrem groß war mit story aber ich finde eigentlich hier gar nicht so schlecht weil wir können jetzt ja die welt bietet extrem viel an man kann jetzt die dungeons suchen gehen da 100 prozent abschließen man kann die schätze jetzt suchen gehen das ist eigentlich eh noch ordentlich viel ich finde ich gar nicht schlecht also das haben es eigentlich ziemlich gut geregelt und ich denke mal ein würdiger abschluss von diesem spiel ja ich gebe mich auf jeden fall sehr sehr zufrieden und jetzt sind wir hier angelangt am ende des let's plays es war aber doch letzten endes doch lange reise habe ich schon das gefühl wir haben jetzt glaube ich über 50 parts jetzt am ende haben wir 50 minuten parts gehabt eine stunde manchmal eineinhalb stunden wie jetzt also das kann man schon so sehen dass es so ein im vergleich zu den anderen so ein 80 oder sagen wir 70 80 part wer das spiel jetzt lang ist eigentlich ordentlich besonders würde ich jetzt noch zu 100 prozent machen wäre das noch viel mehr also das spiel bietet auf jeden fall ordentlich viel content zwar hat es seine makel gehabt während der story würde ich sagen plot holes für mich was einfach unlogisch war auch die die welt des nichts die das war zwar eine interessante grundstory auch ziemlich düster weil das war so gesehen die hölle und eben voller negativer energie und alles rund dran das war an sich ja eigentlich ziemlich nice die idee aber ich bin jetzt nicht der große größte fan dass wir jetzt einfach so verschwinden konnten wieso how convenient wir können doch raus irgendwie aus dieser hölle how convenient die die gestorben sind du sind jetzt nicht wirklich gestorben wir mussten nur in anführungszeichen die welt retten deswegen wie es jetzt so umgesetzt wurde an sich die idee mit der hölle und was eigentlich da auch passiert ist wir haben sehr viele leute verloren besonders nach dem verrat von planers das war eigentlich alles richtig richtig hat die prämierend für die hauptcharaktere das fand ich eigentlich ziemlich gut aber halt an sich jetzt die story drinnen dass wir dafür irgendwie zurückkommen konnten und dann mit den drei lege ist das versuchen aber dafür muss ich auch sagen dass das finale ist so richtig episch gestaltet worden also die dunkle materie die welt war vor dem jahr vor der zerstörung weil in die sonne krachen und auch der baum des lebens hatte kaum mehr energie dass alle pokémon versteinert wurden auch die legendären pokémon das hatte es doch technisch oder vom storytelling ja eigentlich richtig in sich wenn ich jetzt mal so zurückdenke das hat mir extrem gut gefallen weil hallo du stehst es einem endboss entgegen also gegenüber der art so ist mega youtube einfach so ausgelöscht hat also wenn man da sagt das schlecht inszeniert worden als endboss dann hat man irgendwie was übersehen also die inszenierung vom endboss war richtig nice würde ich sagen und das einzige was uns ja ja am leben erhalten hat war eben der schal vom baum des lebens und der baum des lebens war noch nicht tot deswegen hat der schal uns jetzt noch beschützen können dann so gesehen glaube ich weil da steckt ja noch die lebensenergie drinnen in dem schal sonst wären wir auch zu stein verwandelt worden wir werden verschwandelt worden und deswegen konnten wir so die welt retten und dass wir dann nicht aufgegeben haben und planer sondern die welt tal haben dann auch geholfen mit megalon das also die inszenierung vom klackert dass die inszenierung vom finale war richtig episch hat mir sehr sehr gut gefallen und auch hier wie man wie viel detail in dem spiel steckt das war auch richtig geil ich habe es angesprochen mit den kleinen geschichten und wie viel ja generell wie viel content das spiel bietet und auch wie viel detail das finde ich sehr sehr nice auch die story hat es in sich hat mir richtig gut gefallen auch sehr gut gefallen kann ich jetzt sagen im hinblick darauf dass ich ziemlich rausgerissen wurde mit meiner vier monat langen pause hat mir jetzt im endeffekt trotzdem extrem gut gefallen wenn ich zurückblicke also bin ich sehr sehr zufrieden mit dem spiel auch jetzt letzten endes mit dem display auch wenn ich da meine stolper steine gehabt habe wo ich einfach nur unzufrieden war aber das habe ich jetzt auch relativ gut geregelt würde ich sagen und das hat sich dann gut in eine richtige richtung entwickelt würde ich sagen und ich bin sehr sehr zufrieden und nun nach jetzt kann ich hier mal kurz nachschauen wann war die bearbeitung vom ersten part wann warten die gut dass ich orten habe sechs monate über sechs monate lang habe ich jetzt mich um dieses let's play gekümmert jetzt nicht so art wie bravely default wo ich noch länger eine pause gehabt habe glaube ich und das hat dann uns oder über ein jahr gedauert bis es dann auch öffentlich wurde hier würde ich sagen bis alles öffentlich ist noch sagen wir acht monate insgesamt hat dieses let's play gebraucht ja auf jeden fall am 8 2 habe ich den ersten part fertig bearbeitet auf meiner festplatte oben gehabt also ab dem zeitpunkt an 8er zweiter ja ist schon ordentlich hin und ich denke mal jetzt wird es an der zeit mich um andere projekte zu kümmern andere let's plays und das ist eben wo der second da bin ich auch schon gespannt na ja auf jeden fall war es das jetzt hier mit pokémon super mystery dungeon wie ich jetzt die anderen mystery dungeon spiele aufgreife weiß ich jetzt nicht entweder durch live streams oder eher als let's play aber let's plays kommen bei mir glaube ich jetzt so klassisch eher selten wo ich jetzt wirklich offscreen let's plays aufnehme da möchte ich eigentlich nur noch eins aufnehmen und ich glaube wenn ich mystery dungeon spiele let's play oder aufnehme kann ich mir vorstellen in live streams aber schauen wir mal wie was die zukunft bietet man kann sich tausend gedanken machen aber es kann dann letzten endes komplett anders kommen jetzt auf jeden fall möchte ich den part beenden genug gequasselt und ja es war sehr sehr schön ein extrem schönes spiel und wie schon gesagt habe ich jetzt auch bock sogar privat noch hier noch ein bisschen weiter zu spielen das hatte ich eigentlich die letzten male überhaupt nie so wirklich einfach weil ich vielleicht auch schon in erwägung ziehe seit neuestem wieder spiele privat zu spielen mit littlebusters wenn es mal kommt auf steam der visual novel planet möchte ich jetzt mal anfangen den visual novel auf dem pc und ja schauen wir mal wie sich das entwickeln wird weil bisher habe ich ja eigentlich überhaupt nichts privat gespielt außer meine let's plays wo ich gelevelt habe also so von neuen content erleben privat habe ich jetzt seit dem let's plane seit anfang meiner let's play karriere nicht mehr also nicht mal gespannt wie sich das entwickeln wird naja egal auf jeden fall war es das jetzt für heute meine lieben leute ich glaube nicht dass hier von diesem let's play noch was kommen wird vielleicht kann ich mir vorstellen falls ich mal bock habe dass ich das als live stream dass ich da noch das after game weitermachen vervollständigen und alles drum und dran aber das let's plays zu ende es hat sehr viel spaß gemacht und ich verabschiede mich jetzt einfach bevor ich noch auf irgendeine andere thematik komme und noch hier zehn stunden lang stehe leute das war's macht's gut und tschüss